Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Friedlich sieht sie aus, unsere Kolonie, obwohl der Eindruck vielleicht ein bisschen enttäuscht, denn wir wurden gerade hart angegriffen, wir konnten uns aber gut erwehren, sodass es erstmal problemlos weitergehen kann. Und ihr könnt dabei sein, und zwar beim nächsten Herrenabend, morgen Freitag ab 20.30 Uhr spielen wir mit unserer RimWorld Kolonie weiter. Ich freue mich drauf, das ist schon der Patch 1.1, ein Großteil der Mods wurde angepasst, ein paar funktionieren nicht oder noch nicht, aber ich bin erstmal froh, dass es funktioniert und weitergehen kann. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen noch entwickeln wird. Ansonsten eine kleine Vorschau will ich jetzt gleich mal immer verknüpfen mit den Ankündigungen auf die nächsten Streams. Nächste Woche Donnerstag starten wir beim Herrenabend Light mit Yes, Your Grace und in zwei Wochen geht es dann endlich weiter mit Transport, wie wir zwei. Aber erst einmal RimWorld morgen, bis dahin macht's gut, euer Steinwall.